Da sind wir wieder bei Contrast. Wow, jetzt habe ich ganz vergessen, was ich hier überhaupt spiele. Wir müssen hier irgendwie die Tür aufhalten für Didi. Aber irgendwie müssen wir auch hinterher kommen. Wir versuchen das jetzt ganz einfach mal so. Meine dritte Kiste habe ich jetzt nicht gesehen. Didi? Hier muss irgendwo noch was sein, was wir benutzen können. Halt, warte mal. Hätte ich auch gleich drauf kommen können. Nehmen wir einfach die. Gut, dann können wir weiterlaufen. Schauen wir mal weiter. Eine Achterbahnfahrt. Ich verstehe. Sie ist aber auch überhaupt nicht ängstet. Schaff den Tentakel aus dem Weg. Irgendeine Idee, wie ich das machen soll? Ich meine, für jemanden, der gar nicht da ist, muss ich ganz schön viel Zeug machen. Ne, so wird das nichts. Ich verstehe. Ich verstehe. Vielen Dank. Nee. Irgendwas muss ich hier machen. Hm. Ich mag sowas überhaupt nicht. Ich bin viel zu doof für sowas. Ah, nun gut. Schauen wir mal weiter. Ja, das sieht doch noch was aus, was wir benutzen könnten. Okay. Du sollst die Kanone erneut ab. Feuere die Kanone erneut ab. Okay. Ach so. Ja, ist nicht ohne, ne? So, und jetzt kommen wir hier hinten hin. Und jetzt macht das Ganze auch ein bisschen mehr Sinn. Aufwärts. Müsste es nur noch treffen, jetzt. Ach man. Irgendwie mag mich das Spiel gerade nicht. Jetzt hat's. Na toll. Einwandfrei. Gut. Weiter geht's. Einmal ablegen. Und einmal aktivieren. Ich glaube, ich hab's jetzt richtig abgelegt. Ich glaube, ich hab's jetzt richtig abgelegt. Irgendwas stimmt mit der Kralle da oben nicht. Ich verstehe, ich verstehe. Ups. Jetzt können wir. Na hoppla. So, und da geht das Ganze Spiel nochmal von vorne los. Jetzt darf die Kanone nochmal rumballern. Mit einer Schattenkugel. Und mal gucken, was wir jetzt wegbrezeln können. Den Tentakel. Den Tentakel. Ja, take that. Go back where you came from, you big squid. Who find a whale to pick on? Okay. Bin wieder da. Oh, no. Jetzt verpasse den letzten Schlag. Und jetzt verpasse den letzten Schlag. Uns scheint was zu fehlen. Ich kann hier nichts aktivieren. Ja, das fehlt uns. Und einmal aufwärts. Macht das Ganze nämlich auch mehr Sinn. Moment, mich nervt gerade jemand. So, und die Kugel müssen wir dann jetzt da hinten irgendwie zu der Plattform hochbringen. Du darfst auch runterrollen, Kugel. Meine Fresse, diese trägen Kugeln immer. Roll gefälligst runter. Ich weiß nicht, dass man hier immer nachhelfen muss. So, dann hätten wir das auch erledigt. Hier ist die Kanonenkugel, äh Schiff. Und mach das! Bam! Say goodnight, Gracie! Okay, finde einen Weg die Tür zu öffnen. Wir haben genug Lichtkugeln. Schauen wir mal. Ich weiß nicht, dass es nur eine Sache ist, die er vergessen hat. Und das ist, warum die ganze Fahrt nicht funktioniert. Es ist wahrscheinlich in der Kontrollruppe. Oder in der Elektronikruppe. Oder so. Woher weißt du sowas? Woher weißt du sowas? Komm schon! Es ist schmerz da draußen. Wie kommst du auf Schadern, wenn es schmerz ist? Hey! Das ist der Verwaltungsstück, wo ich gesprochen habe. Warum hast du das gemacht? Ich muss erst mal hier rauskommen. Ach so. Didi? Wo ist sie denn hin? Ach, da ist sie. Ich glaube, wir können die ganze Fahrt wieder starten. Ich wusste es! Ich wusste es war etwas einfaches. Ich denke, alles was wir brauchen, ist, diese Leberen am gleichen Zeitpunkt zu ziehen. Oh. Uns fehlt's. Auf. Ein. Gegenstand. Okay. Du hast einen Plan, wie das funktioniert? Okay. 3, 2, 1, go! Okay. Ich denke, wir haben es geschlossen. Ich denke, wir haben das ganze Ding geschlossen. Ja, wenn dein Vater uns nicht hätte. Ja, wenn dein Vater uns nicht hätte. Geht zum Zirkuszild. Geht zum Zirkuszild. Ach komm, gehen wir einfach mal weiter. Wir haben genug Zeit damit verbracht, rumzudrödeln. Geht zum Zirkuszild. Geht zum Zirkus. Geht zum Zirkus. Geht zum Zirkus. Geht zum Zirkus. Ja, meine competence hat das Geld 1323252- Jahrhundert –そi hier ist das Bild unter Seems 14456-000 kick beat. Vielen Dank.